So, Hinnack aus der ungarischen Therme. Wie im Video gestern schon angekündigt, seht ihr hier das rostigfarbene Wasser. Es hat eine Temperatur von ungefähr 38 bis 40 Grad und es ist super angenehm. Nach dem Aufstehen, Hinnack spürt schon die Knochen. Er geht hier rein und schaut euch das an. Wie ein junger Gott kommt er hier raus. Voller guter Zutaten an Kalium, Natrium, Omnium, Calcium, Magnesium, Fass, was auch immer das ist, Katjonak, Ösk, Chlorid, Bromid, Jodid, Fluorid, Sulfat, Hydrocarbonat, Sulfid, Anok, Öske, Metabossan, Metra, Adoxy, Oxygen, Arsen. Tschüss. Hinnack.